Es ist 13.16 Uhr und wir sind auf der Modell-Hobby-Spiel-Messer. Und wir treffen dann auf Engels. Das war ein Polizeiauto. Mein Senpai. Engisa! Magie. Jetzt bist du dran, Antonia. So geskillt bin ich jetzt nicht. So, das können wir auch zu zweit machen. Das ist bei mir stehen. Pass auf, jetzt spielst du gleich auf, nicht? Pappe zu dir. Reise dahin, Pappe zu mir. Pappe dahin. Ich da neben schmeißen. Hat funktioniert. Ich bin gespielt. Ich krieg das nicht hin. Oh Gott, das Bild. Gut, dass ich jetzt husten muss. Ich bin gespielt. Ich bin gespielt. Ich bin gespielt. Nein. Ich bin echt. Die sind nicht echt. Die riechen aber echt. Riechen die wirklich? Ja, Schnuckermann. Ist das voll gut? Das ist gut. Oh süß. Das ist auch mega. Bei allen gibt's Babys. Ganz viele Babyleichen. Das ist geil. Das stimmt. Das ist irgendwie faszinierend und groß ist vielleicht. Wir wollen das. Spieler mit der längsten Zunge fing an. Dieser Spieler... Ein Becher, bleibt ein Stelten vor sich hin. Ein glückliches Kind. Das ist das beste Spiel der Welt. Ey, ich wollte weiter furzen. Das bist du, Antonia. Sie furzt. Das ist so schlimm. Du hast auf niemanden gezeigt mit deiner Nase. Auf niemanden gezeigt. Weihnachtsmänner. Das ist ein Regenschirm. Gini-Design. Wir sind vor uns schon nach 5 Euro. Ey, das glitzert. Jetzt glitzert. Und dann kochst du das und dann 50 Stücke. Jetzt geht's noch. Ja. Ja. Sehr schön. Ich hab's geflebt, Charles. Entschuldige, ich könnte mal ein Kreis oder? Das ist doch der Gummis? Ne, das sind Stempel? Ja. Männer sind die Kaffeekursorten. Nur die guten halten einen ganzen Nachbarn. Wenn du es schon kaputt machst... Super! Macht das Spaß! So leer! Musik Musik Haha! So, let's go! Die Zutaten werden in der Mitte gelegt. Die Zutaten werden in der Mitte gelegt. Die Zutaten werden in der Mitte gelegt. Hashtag ganz alleine. 16.38 Uhr. Wir haben gerade Fotos gemacht, Videos gemacht und davor haben wir uns zurückgekauft. Jetzt gehen wir gleich noch mal rein. Da muss ein Stift reinstecken. Habs gefilmt. So, das stimmt. So, pretty. Okay. Passt nicht mal ne Drohne, um solche Aufnahmen zu machen. Das ist einfach so, als wäre es echt. Ja, das stimmt. Halleluja! 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 Sie ist? Halleluja! 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 Oh Gott! Wow! Was macht der? Der baggert. Sieht irgendwie lustig aus. Der baggert konzentriert. Schau, wie konzentriert er ist. Bei dem Ding würde ich noch lieber spielen als mit dem Kleinen. Das stimmt. Überall stehen ja irgendwelche Männer, die damit spielen. Süß. Das ist das Spielzeug für die Großen. Ja. Alle spielen sie mit Autos und Baggern. Das ist Antonia. Die guckst du. Das ist Angie. Die macht Fotos mit ihrem Ding. Der wird echt schnell kaputt. Ja. FKK. Das ist Wasser. Nichtsicke.